Herzlich willkommen liebe Zuschauer zum DAX-Check am Freitag gestern. Da ging es mächtig zur Sache der DAX, teilweise im Bereich von 15.300 Punkten über 300 Zähler minus. Wir sehen es hier sehr schön, aber Glück im Unglück, sage ich mal. Die Unterstützung hier bei 15.309 Zähler, die hat gehalten. Am Ende standen wir bei 15.420 Zähler und die Vorbörse schaut auch gar nicht mal so unfreundlich aus im Bereich 15.94. Das heißt, wir sind wieder auf dem Weg in unsere angestammte Seitwärtsbewegung zwischen 15.8 und 15.5. Hier sehen wir sehr schön diesen Doppelboden, dieser zwei Ausreißer. Optimal wäre natürlich, wenn wir jetzt hier reingehen. Festzuhalten bleibt, dass wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen eine erhöhte Volatilität sehen. Wunderbar, 15.5, perfekt, sind wieder drin. Dass wir volatiler werden, dass die Nervosität zunimmt. Auf der anderen Seite muss man auch feststellen, wenn wir wirklich mal da im Bereich 15.30 sind, kommen immer wieder Käufer rein. Und das liegt auch daran, dass die Notenbanken ihre Geldpolitik weiterhin offen halten, sage ich mal, nicht straffen. Das kommt erst später und deswegen wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir über die Sommermonate eine volatile Seitwärtsbewegung sehen. Und unsere Abonnenten und auch unsere Paywall-Kunden haben schon eine Empfehlung bekommen. Ich verweise da auf unsere Homepage, was wir da an einem Produkt für Sie empfohlen haben. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Bleiben Sie gesund. Bis nächste Woche. Schönes Wochenende. Ciao.